Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge Minecraft in Zwergenreich. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, wo ich gespielt habe. Ja, was wollte ich machen? Wir gehen erstmal hier auf unsere Burgmauer. So Leute, jetzt müssen wir erstmal gucken. Was ich auch noch mal machen wollte ist, erstmal gehen wir kurz... Was wollte ich denn eigentlich machen? So ja, erstmal gehen wir jetzt mal kurz hier hoch. Unseren Turm, den wollte ich erstmal ein bisschen weiter bauen. Zack, 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 zack. So, wir haben... Was wollte ich denn machen? Moment, ich muss mal kurz überlegen. Zack, 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 Leute. Das machen wir mal weg hier. So, genau. Wir werden das auch nochmal weg machen. Zack, zack. Und jetzt haben wir nochmal normalen Stein, den wir hier setzen können. Und jetzt werden wir... Zack, 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 zack. So, da haben wir doch schon mal jetzt einen Ausguck fertig. Das ist schon mal schön. Wir machen das hier jetzt nochmal weg, dann kommt hier auch nichts mehr rein. Hier können wir jetzt auch mal richtige Steine einsetzen. Jetzt haben wir das auch schon mal. Wir gehen nochmal jetzt hier hoch. Das könnten wir eigentlich zumachen, weil das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja. Ja, das kann eigentlich weg. So, wir müssen mal eins runtersetzen. Nö, das passt. Äh... Dann machen wir das gleich hier zu, Leute. Dann haben wir das auch erledigt. Und zack, sehr schön. Dann haben wir das gleich. Hier können wir auch einmal ein bisschen beleuchten. Wie kann man hier was ran machen? Nö, ja. Machen wir hier einmal ran. Du kommst einmal weg. Hier machen wir ran. Dann haben wir das schon mal beleuchtet. Hier können wir auch einen ran setzen. Erstmal. So, Leute. Zack, zack, zack. Erstmal unser erster Wehrgang. Das muss hier auch noch alles aus Stein richtig gemacht werden. Äh... Das können wir auch gleich mal richtig beleuchten. Hier kann auch einer hin. Hier. Und hier. Genau. Jetzt beleuchten wir erstmal hier alles so ein bisschen für abends. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack. Da haben wir das schon mal ein bisschen beleuchtet. Das müsste eigentlich erstmal auf der Seite reichen. Hier machen wir das gleiche nochmal. Zack und zack. Und zack. So. Oh, das war ein bisschen laut. Entschuldigung. Jetzt wollten wir uns mal hier die Türme, wollte ich mir mal ein bisschen ansehen. Äh, das machen wir mal zu. Habe ich eine Leiter? Ja, Leiter habe ich. Die nehme ich mal hier mit rein. Soll der Eingang hier? Oder soll man hier einen Weg hoch machen? Hier? Da, 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 da. Wollen wir mal hier? Eins, zwei. Erste Treppe, Stein. Ach, wir machen hier mal Leitern. Zack. So, dann können wir den ersten Turm machen. Weil ich würde sagen, wir machen heute mal die Türme fertig. Ach, ich hätte schon eine Leiter. Hä? Woher kommst du denn her? Woher kommst du denn her? Die bauen wir gleich mal ab. Warum ist denn hier eine Leiter dran? Sowieso die Frau oder die Wendeltreppe. Aber eine Wendeltreppe im Moment. Wir kommen, das wäre auch doof, hier rein. Eins, zwei. Drei. Ich glaube, das wäre zu eng. Ach, wir machen das hier mit der Leiter. Das ist vollkommen okay. Zack, zack, zack. Da kommen wir hoch. Sehr schön. Tatatata. Von der Höhe reicht das auch? Bin ich der Meinung. Hm, hm, hm. So, wie machen wir das denn jetzt? Sollen wir das so bauen? Wenn wir das so bauen? Zack, zack. Jetzt habe ich keine mehr, oder? Oh, man, oh, man, oh, man. Okay. Okay, okay, okay. Wir müssten nochmal schnell... Hm, das war jetzt aber schlecht vorbereitet. Das war jetzt schlecht vorbereitet. Dann müssen wir mal kurz in unsere Base wieder zurück. Zack. So, und dann können wir auch gleich mal gucken, ob die ganzen Sachen schon fertig gebrannt sind, die wir in unserer Special-3-Folgen-Spezial-Höhlen-Expedition gesucht haben und gefunden haben. So. Äh, schlafen. Geht. Jo. Dann ist es gleich wieder hell. So, wir brauchen... Zack. Äh, wie war das denn nochmal? Was ist das eigentlich? Also... Moment, ich muss mal kurz gucken, Leute. Äh... 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 Das... Jetzt habe ich auch die andere Form noch von... Ja, das behalten wir so. Zack, 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 zack. Und... Da brauchen wir sowieso jede Menge von... Nehmen wir mal 60 mit. Das müsste erstmal reichen. So, jetzt können wir wieder auf unseren... Haben wir die dabei? Zwei nur noch. Da brauchen wir glaube ich... Nehmen wir... Äh... Nehmen wir kurz zurück. Zack, 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 zack. Dann nehmen wir mal ein paar mehr mit. Aber die brauchen wir bestimmt auch noch. Errorfehler. Fehler beim Auflösen der Tastenkombination. Okay. Hoffentlich war das jetzt nichts Schlimmes. So. Genau. Jetzt werden wir erstmal unsere Türme... Erstmal so ein bisschen weitermachen. Da, 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 da. Okay. Hier kommen wir ja gar nicht hoch, ne? Äh... Ja, wir müssen sowieso uns noch einen... Einen Weg auf diese Mauer hier bauen. Da bin ich mir noch nicht sicher, wo wir die machen. Guten Tag. Tür können wir hier auch noch einbauen. So. Und zack, 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 zack. So. Dann machen wir das. Kann ich... Habe ich irgendeine Erde dabei? Erde... Wo ich mich mal ein bisschen hochgraben kann. Zack, 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 zack. Und... Geschlossen. Dann machen wir das so. Machen wir es mal 3 hoch. Dann... Wenn wir auf der Höhe sind, können wir hier auch weiter so machen. Zack, 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 zack. Und... Geschlossen. So. Jetzt sollte ich mal gucken. Wenn wir hier jetzt... So. So einen ran setzen. Das ist glaube ich ein bisschen doof. Machen wir das nochmal weg. Wir haben ja doch die flachen. Weil das soll ja nicht so ein hoher Turm, sondern das soll einfach so ein flacher sein. Und... Zack, zack, zack. Sag mal, wie sieht denn so ein flacher aus? Der fliegt ja in der Luft. Ne, das ist schon besser. Machen wir den nochmal weg. Zack, 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 zack. So. Und wenn wir jetzt... Moment, jetzt gucken wir mal. Das ist doch okay. Das ist doch okay. So. Und hier machen wir nochmal... Entschuldigung. Ich bin immer noch so ein bisschen erkältet. Zack, 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 zack. Das passt doch. So. Hier haben wir uns mal runter. Und... Machen wir mal zu. Plopp. Da können wir das auch so lassen. Was ist denn jetzt? Jetzt haben wir ja da einen aufzusetzen. Ne, das müssen wir ja so lassen. So. Dann wollen wir das ja auch natürlich auch ein bisschen beleuchten. Aber wie beleuchten wir das am besten? Kann man hier einen ran machen? Ne, schade. Ein... Du kommst da hin. Am besten ist auf die Seite. Machen wir mal hier einen. Da einen. Da einen. Da einen. So. Dann haben wir den ersten Turm schon fertig. Dann gehen wir gleich mal auf andere Seite. So. Runter. Schnell mal rüber laufen. Ich glaube, den müssen wir auch noch ein bisschen erhöhen. Gucken wir mal. Zack, 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 zack. Ah, den müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen erhöhen. Irgendwie gefällt mir das nicht. Naja, das ist eine Burg, ne? Dann wollen wir mal sehen. So. Erstmal. Zack. Was ist das da vorne? Ist das eine Höhe? Ne, glaube ich nicht. Zack, zack, zack. Machen wir nochmal ein bisschen höher den Turm. So. Oh, so hoch können wir gar nicht mehr. Da ist ja schon unsere nächste Befestigung. Eh, eh, eh. Tatatata. Ach Mist. Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Können wir nur auf der Höhe bleiben. Wir dürfen nicht zu hoch kommen. Und dann kommen wir den anderen Turm in eine Quere. Das wollen wir ja nicht. So, dann machen wir das. Dann machen wir das jetzt so. Zack, 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 zack. So. Hier können wir ja zu machen. Wir machen zu. Machen wir mal bis dahin zu. Zack, 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 zack. So. Machen wir bis hier. Machen wir bis hier ein Steine. Äh. Gut. Damit kriegen wir es nicht gut weg. Zack, zack. Dann machen wir hier nochmal Steine noch hin. Zack, zack, zack. Und dann kriegen wir das nicht gut weg. und jetzt müssen wir uns ein kleines bisschen hoch graben da brauchen wir ein bisschen erde so 12 12 3 eigentlich seine wo haben wir da da haben wir ja so müsste das ja es passt trotzdem das passt trotzdem mit der höhe von dem anderen dann machen wir hier noch mal eine steinreihe drauf passt das nämlich auch das war falsch hier noch mal eine reihe reicht das ich glaube es reicht nicht es reicht nicht nein wir können den inneren kreis schon mal ziehen es reicht nicht misst 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 so ok das müssen wir dann auf jeden fall nochmal machen hier jetzt runter das nehmen wir mal mit so jetzt haben wir da schon mal dächer das ist schon mal schön unsere türme haben schon mal dächer bekommen jetzt gucken wir uns das nochmal von außen an ja das kommt langsam leute es wird ja noch verziert mit glas und alles das kommt ja auch noch alles aber das sieht doch schon mal gut aus immer noch mal kurz hier hoch da können wir auch noch ein kleines bisschen struktur rein bringen aber wie komme ich denn jetzt hier hoch unser legendärer aber wir machen erstmal hier im moment wir können ja noch mal so was denn da müssen wir so ein bisschen noch rein schlagen was haben wir denn hier noch so ein bisschen bisschen kohle haben wir hier das ist ja nicht viel nur so ein bisschen aber das sieht mir hier zu gerade aus deswegen so ein bisschen rein arbeiten braunig viel so das muss ja schon fast reichen aber hier nochmal so dass ja das mal so ein bisschen abbauen dass das so ein bisschen besser finde ich aussieht zack zack noch ein bisschen stein das machen wir mal ein das müsste glaube ich auch schon fast reichen genau machen wir jetzt hier nochmal eine schicht weg dann sieht es ein bisschen nicht so ganz untypisch aus so hier müssen wir auch nochmal probieren wir auch nochmal ein bisschen so zack und zack so gucken wir mal zack 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 so ohhjo ich glaube das war jetzt die scribe oder bauen wir das nochmal ab hier jetzt ist es sehr dunkel ich weiß gar nicht ob ihr noch passt sieht So, machen wir mal hier noch einen Stein, hier einen Stein, hier einen Stein. Da einen Stein, den bauen wir nochmal schnell ab, Leute. Zack, zack. Da sieht es vielleicht ein bisschen natürlicher aus. Ja, das sieht doch schon gleich besser aus. Okay. So, Leute, aber wir haben schon wieder Überlänge. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Let's Play Folge Minecraft. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin. Und tschüss. Also diese Woche geht es weiter. Entschuldigung. Tschüss.